So Leute, ich darf euch heute nochmal ein Deck vorstellen und damit auch meine Spielgruppe weiß, wofür man diese ganzen Token braucht, stelle ich euch jetzt mal MonoBlackControl vor. MonoBlackControl, ne? Sagt schon viel aus, kann aber alles sein. Könnte sein von Heavy Discard über Purfeldkontrolle über Curses. Ziemlich alles. Fangen wir erstmal mit der Mana-Basis an. Da haben wir, da wir eh MonoSchwarz spielen, sechsmal den lieben Swamp. Sechsmal hier deshalb, weil kein mehr Platz und wer der findige Beobachter sieht, drei Swamps und drei Snowcaller Swamps. Ist ein Split, den ich jetzt schon relativ automatisch spiele, weil es halt ein paar Prozente bringt. Kann dich hier in dem Deck aber sogar in den Arsch beißen. Darauf kommen wir später zurück. Nächste Karte, wollen wir MonoSchwarz spielen. Urburg. Tomb of Jagmoth. Drei an der Zahl. In MonoSchwarz eigentlich ein No-Brainer, weil ich meine, das Pendant für Grün kennen wir jetzt alle schon und manche haben es auch schon hassen gelernt. Aber hier einmal Urburg. Alles ist ein Sumpf. Legendary Land, deswegen auch nur dreimal. Ja, halt, weil jetzt gleich auch eine ganze Menge Colorless kommt. Aber bevor das Colorless kommt, noch ein Castle Lock Twain. Das spielen wir dann auch nur zweimal. Er kommt ungetappt rein, wenn du einen Swamp kontrollierst. Du kannst für ein schwarzes tappen oder halt drei Mana und tappen, ziehst eine Karte und verlierst dann Leben in Höhe der Karten in deiner Hand. Im besten Fall zieht man damit eine Karte und kriegt nur einen Schaden und geht dann in die Draw Step. Ja, so ist das Optimalste. Hatten wir Castle Lock Twain. Colorless Lands. Habe ich eben schon gesagt. Und ein Land, was in dem Ur-Black Control, im Pox drin war und tatsächlich die Wind Condition manchmal war. Mischras Factory. Ganze dreimal. Für die, die es nicht kennen, ist es ein Nicht-Standard-Land mit tappen, du kriegst ein Farbloses. Oder für ein Farbloses wird das Land zu einer 2-2 Assembly Worker, Artifact Creature, ist immer noch ein Land. Das ist wichtig für so Effekte wie Decay. Die Non-Land-Permanent-Targeten. Oder man kann halt das Land tappen und ein Assembly Worker Creature plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges geben. Heißt, du kannst damit ganz viele tolle Sachen machen. Du kannst es für sich selber tappen, um ein Artefakt herzustellen. Du kannst angreifen und ein anderes Land tappen, um mit einem 3-3er Schaden zu machen. Du kannst aber auch das Ding animieren, als Blocker deklarieren. Und wenn das keine Summoning-Signess hat, also schon eine Runde liegt, ist es sonst schwierig mit aktivieren bei einer Kreatur. Einfach für sich selber tappen und alles 3-3er blocken. Gruß an alle Def-and-Texas-Spieler da draußen. Das habt ihr nicht oft auf dem Schirm. Haben wir mal ein Land mit ein bisschen mehr Impact und einem verdammt hübschen Artwork. Takenuma, Abundant Mire. Schon wieder ein Legendary Land. Wir können das für ein Schwarzes tappen. Oder wir channeln das für ein Schwarzes in 3 Farblose. Das übliche Channel-Gedöns kostet für jede Legendary Creature, die man kontrolliert, ein Farblos weniger. Aber wenn wir das channeln, diskaden wir das, millen 3 Karten und wählen aus diesen Karten dann eine Creature oder einen Planeswalker aus und nehmen das auf die Hand. Ist halt super, weil Channel ist eine aktivierte Fähigkeit. Können wir auch im Gegnerzug machen. Heißt so, schön End of Turn noch irgendwas auf die Hand channeln. Und gibt einem halt irgendwas wieder, was man braucht. Dafür ist es hier auch drin. Weil die Targets für das channeln hier drin echt beschränkt sind. So, der Klassiker. Habe ich auch immer in Pox gespielt. Maze of Elf. Land, tapstet, untap, target, attack, attack and creature. Also die wird entappt. Und du verhinderst allen Kampfschaden, den die Kreatur kriegen würde, aber auch verteilen würde. Ist ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel Questing Beast interessiert das Ding nicht. Weil, naja, Questing Beast sagt, Schaden kann nicht verhindert werden und das verhindert Schaden. Aber naja, so häufig passiert das dann nicht. Ja, wir sind ein schwarzes Deck. Mono-Schwarz. Viermal Wasteland ist halt einfach Gott gegeben. So. Und dann noch, weil es so schön ist. Viermal die Uhr zersage. Yes. Ich glaube, die Karte muss ich gar nicht mehr erklären. Ja, und da sieht man halt auch, also da quasi bis auf der Tacke nun mal ab hier alles farblos ist. Man braucht definitiv die Urburg. Definitiv. In einem Mono-Schwarzen Deck. So. Kommen wir zu dem, was die Ursarsaga raussucht. Oder raussuchen könnte. Artefakt. Es sind auch nicht so viele, deswegen machen wir so direkt am Anfang. Zweimal den lieben Currency Converter. Der sagt für ein Mana, also ein Ursarsaga-Target. Whenever you discard a card, you may exile that card from your graveyard. Dafür muss man schon selber discarden. Da kommen wir aber noch gleich zu. Für zwei Mana tappen, ziehst du eine Karte, dann wirst du eine Karte ab. Also effektiv ein Card Draw, ein Cycler, ein Looting für eins. Dann kann man noch den Passus, der eigentlich wichtig ist. Man kann tappen und eine Karte, die damit exiled wurde, in den Friedhof legen. Bei einer Land-Card kriegt man ein Treasure-Token. Bei einer Non-Land-Card kriegt man 2-2 Rogue. Und das ist auch eine Win-Condition. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Win-Conditions ist immer nur eine 2 vorne. Kommen wir zur nächsten Win-Condition. Da steht nicht nur eine 2 vorne. Retro-Fitter Foundry. Eigentlich, ja, sollte man die kennen. Man kann die für drei Mana eintappen. Für zwei Mana ein 1-1-Colorless-Servo machen. Verein Mana, also zwei Mana und tappen. Verein Mana und tappen Servo-Opfern und kriegt ein 1-1-Flying-Top da. Oder mal Opfer-Top da fürs tappen. Und kriegt ein 4-4-Colorless-Construct. Ja. Das Ding ist halt auch im Ninja drin. Und in den USA-Saga-Decks meistens auch gar nur im Sideboard. Weil es halt eigentlich, ja, es ist ein bisschen dumm. Also wenn du genug Mana hast und genug Zeit, dann ist es halt echt dumm. Jetzt kommen wir aber wieder zu einer 2. Also zwei Schaden. In dem Falle nur Cursed Scroll. Wer das nicht kennt, das ist so ein typisches Pox-Artefakt. Also Pox zieht sich hier ziemlich durch. Man könnte das Deck auch eigentlich fast New Pox, Modern Pox oder so nennen. Wem das der Decktyp was sagt. Ähm, die kannst du für 3 Mana tappen. Dann nimmst du eine Handkarte, äh, nimmst du eine Karte. Der Gegner wählt eine Random Handkarte aus. Und wenn die Karte das ist, schießt du 2 Damage an irgendein Target. Die ist halt noch was älter, deswegen steht dazu Target Creature or Player. Die ist halt, wenn du nur eine Handkarte hast, ist die halt Porno. Wie ich aber schon sagte, manchmal kann dir der Split von Swamp und Snowcover Swamp ein bisschen in den Arsch beißen. Das ist diese Karte. Weil wenn du ein Swamp und Snowcover Swamp auf der Hand hast, hast du 2 verschiedene Karten auf der Hand. Wenn es beides ein Swamp wäre, könntest du die locker zünden und hättest safe einen Treffer. Ja, aber das ist auch der einzigste Malus da drin. Im besten Fall legst du halt vorher einfach ein Land und hast halt nur eine Handkarte. Das haben wir dazu. Und dann noch Crucible of Worlds. Ha! Infinite Ullasaga. Infinite Wasteland. Infinite Mishra's Factories. Ha! Klingt einfach nur gut. Kommen wir zum nächsten Spells. Aber dann kommen wir direkt mal zum uninteressantesten Spell, der 4 Mal drin ist. Dark Ritual. Ja. Muss ich keinem erklären. Mach aus einem schwarzen Mann, er hat 3 schwarze Mann als Instant. Ja. Ein schönerer Spell. In einem schönen Artwork. Heil Junji Ito. Äh, Forzis. Ein schwarzes. Spieler zeigt seine Handkarte, äh, seine Hand vor. Du nimmst eine Nicht-Land-Karte davon und der Discardet die und verlierst 2 Leben. Standardkarte in jedem Discard-Deck und in jedem Controldeck, was schwarz spielen kann und diese Karte spielen möchte. Also auch zu nehmen über Inquisition oder Durace. Wobei, je nachdem wie Heavy mal auf Discard geht, kann man halt auch einen Split von 3 Forzis, 2 Inquisition und einem Durace machen. Habe ich auch schon getan. Wo wir bei Discard sind. Der beste Discard-Spell für 2 Mana. Hymn to Turak. Ja, für 2 schwarze Mana und eine Sorcery. Ähm, ja, man wählt 2 Random-Handkarten beim Gegner und der schmeißt die weg. Hm. Kann gerade mit sowas wie Dark Ritchell entweder Turn 1 kommen, mit was dabei oder du spielst jetzt halt Turn 2 und spielst noch einen anderen Spire-Spell dabei. Und der kann Hände so richtig zerreißen. Also wenn damit auf einmal nur Länder wegfliegen und der Gegner auf einmal sauer guckt, das schon. Premium. Ich habe schon so viel von Pox geredet, also spielen wir auch Smallpox. Den spielen wir dann hier auch viermal am Stück. Das sind 2 Mana-Sorcery. Nacheinander. Verliert jeder Spieler ein Leben. Jeder Spieler diskartet eine Karte. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Und jeder Spieler opfert ein Land. Hm. Macht alles, was dieses Deck will. Kreaturen loswerden. Leben verlieren. Handkarten wegnehmen. Länderopfern. Das ist einfach schön. Bei der Karte muss ich allerdings sagen, also ich bin noch ein bisschen im Bild. Also ich bastel das Deck noch so ein bisschen. Das Projekt quasi. Jetzt wieder neu angefangen. Und bei der bin ich mir nicht sicher, ob ich lieber drei Smallpox, drei Hymns spiele. Also drei Hymns, vier Smallpox oder drei Smallpox, vier Hymns. Das muss ich noch rausklügeln. Aber. Geile Karte. Also das Premium da dran ist einfach, wenn du mal gegen Elfen oder so spielst und fängst an, Swamp, vorziehst. Lässt den einfach mal den Zeniten auf der Hand, weil du weißt haargenau, die müssen Land, Zenit, Tried Arbor machen und die Runde danach zündest du die Karte und reißt denen einfach mal zwei Mana unter dem Arsch weg. Gut. Hier hatten wir schon Sacrifice a Creature. Also fang mal direkt mal an mit den Removalen. Zweimal Fatal Push. Halt einfach nur eine Instant für einen Mana. Zerstörstner Kreatur mit Mana kosten zwei oder weniger. Oder wenn ein Revolved, also wenn ein Permanentes von dir das Spiel verlassen hat, mit Mana kosten vier oder weniger. Einfach ein guter Removal. Guter Point Removal. Dann ein neuerer Removal, der ein bisschen Konkurrenz bekommen hat. Sudden Edict. In dem Fall dreimal. Ähm, für ein schwarzes und farblosen Instant mit Split Second und der Gegner opfert eine Kreatur, oder ein Spieler opfert eine Kreatur, Entschuldigung. Ja, kann nicht drauf reagieren, deswegen ist der eigentlich Porno. Hat mit Gialdred's Edict so ein kleines bisschen Konkurrenz bekommen, weil Gialdred's Edict halt kein Split Second. Sagt aber, entweder opferst du einen Non-Token-Creature, einen Token-Creature oder einen Planeswalker. Das heißt, es ist viel versieler. Die Karte sehen wir aber nachher auch noch. Und weil wir schon bei Removal sind und ich was gegen Länder habe und auch Standardländer weg müssen, zwei Sinkhole. Destroy anyone land. Punkt. Das ist zum Beispiel auch mit dem Darkrit, Turn 2, ersten Hymn schmeißen, dann Sinkhole knallen. Porno. Kommen wir mal zum Rest vom Fest. In jedem Fall Planeswalker, denn, surprise, wir spielen keine Kreaturen. Der oder die Planeswalkerin schlechthin, Liliane of the Vale. Und die nice lady spielen wir einfach viermal, weil wir's können. Drei-Mana Planeswalker mit drei Loyalty. Loyalty? Ne. Loyalty? Loyalty? Drei-Mana Planeswalker mit drei Loyalty. Ich hab's wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Mit drei Marken. Für plus eins wirft jeder Spieler eine Karte ab. Für minus zwei opfert ein Spieler meiner Wahl oder deiner Wahl, unserer Wahl eine Kreatur. Und für minus sechs machen wir zwei Piles aus dem Permanenten von einem Spieler. Und der sagt, ich opfere den einen und behalte den anderen. Die ist stark, die ist aber keine Wincon. Also ich würde nie behaupten, dass eine Lily of the Vale eine Wincon ist. Außer um den Gegner zum Surrendern zu bringen. Aber eine designierte Wincondition ist sie nicht. Aber immerhin ein bockstarker Planeswalker. Auch als Granny. Aber es gibt ja noch mehr Lilies auf dieser Welt. Ah, Liliana the Last Hope. Auch drei Mana. Drei Marken. Planeswalker. Plus eine Kreatur bekommt bis zu unserem nächsten Zug. Minus zwei, minus eins. Minus zwei. Wir melden zwei Karten und nehmen eine Kreatur vom Graveyard auf die Hand. Das ist jetzt hier drin nicht so. Ne. Und minus sieben. Das wiederum ist lecker. Du kriegst ein Emblem mit. Zu Beginn deines Endsteps bekommst du X22-Schwarze-Zombie-Kreaturen-Token. Wobei X zwei plus die Anzahl an Zombies ist, die du kontrollierst. Das heißt, wir bekommen zwei aus zwei werden vier, die wir bekommen. Dann haben wir sechs und so weiter und so fort. Schön. Das ist halt effektiv eine Win-Core. Da ist halt auch noch die Frage, ob man die noch einmal mehr spielt und dafür was anderes cuttet. Aber wie gesagt, es ist noch in Progress. Nächster Planeswalker. Surin the Murphless. Vier Mana, vier Marken. Plus eins Bob-Effekt. Also, ja, Bob-Effekt plus. Wir gucken uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Die können wir revealen und auf die Hand nehmen. Und wenn wir das machen, verlieren wir Lebenspunkte in Höhe der Mana-Value. Also, ja, kann hier drin, glaube ich, maximal vier werden. Das ist also nicht so schlimm. Aber wenn du da drin zum Beispiel eine kalte Rau aufdeckst, das tut schon mal weh. Aber ich spiele kein Deck, wo ich das kann. Ähm, minus zwei. Man bekommt ein 2-3 Vampire-Creature-Token mit Fliegen und Lifeling. Das heißt, wir können sogar Leben wiederkriegen. Ja, und minus sieben ist, der schießt 13 Schaden an irgendeinem Target. Und du kriegst 13 Leben. Ich finde das irgendein Target wichtig, weil... Ja, theoretisch kann man damit sowas wie Deathshadow, wenn der 12-12 ist, oder so töten. Mehr fällt mir jetzt aber auch nicht ein. Ja. Große Kreaturen halt. Aber ich glaub, dann ist es doch schon soweit, dass die 13 Schaden den Gegner auch töten sollten. Wo wir bei Töten sind. Karn, the Great Creator. Der wird gleich auch noch ein bisschen Text haben, wenn's im Sideboard geht. Spoiler-Annamen. Ähm, der ist ein 4-maler Amplanes-Broker. Kommt mit 5 Marken rein. Sagt standardmäßig... Die Artefakte vom Gegner haben keine aktivierten Fähigkeiten mehr. Oder können nicht aktiviert werden. So. Für plus 1. Wird ein Nicht-Kreaturen-Artefakt zu einer Artefakt-Kreatur mit Stärke- und Widerstandskraft gleich den CMC. Wer es weiß, Liquid-Metal-Coating, äh, man macht ein Blender zu, Artefakten und plus die und dann sind da 0-0-er. Chalice, plus, oh, Mana-Videos sind auf dem Board, 0-0. Weg. Und so ein Quatsch. Äh, theoretisch könnten wir dann auch mit dem Crucible of Worlds mal angreifen. Just saying. Ähm, dann können wir zwei Marken runternehmen. Können unser Exile, Exile, oder unser Sideboard nach einem Artefakt durchsuchen und können das auf die Hand nehmen. Dafür ist der eigentlich da. Also, man kennt, also jeder kennt den Planeswalker eigentlich, der irgendwie in Formaten spielt, wo der legal ist und weiß, was der macht. Deswegen, äh, der Shenanigans im Sideboard kommt gleich. Den spielen wir dann aber auch zweimal. Keine dreimal, keine viermal, einfach nur zweimal. Nur um den zu haben. So, und dann haben wir noch Ashiok. Hier in einer sehr schönen Version, die man sehr gut lesen kann und die spielen wir zweimal. Es sind dreimal einer Planeswalker mit fünf Marken. Ähm, die Static Ability, sagt Spells oder Abilities, des Gegners. Das können ihn nicht dazu veranlassen, die Bibliothek zu durchsuchen. Und der Minus Eins ist einfach ein Spieler mild vier Karten. Und dann wird bei jedem Gegner der Friedhof exiliert. Das heißt, theoretisch kann man sich auch selber millen. Will man vielleicht, wenn man einen Tack in Humor auf der Hand hat. Oder so, aber ansonsten ist das hier in dem Deck eigentlich egal. Aber man könnte halt einen Planeswalker treffen, zum Beispiel. Für einen Tackenummer. So, und damit wären wir schon mit dem Maindeck durch. Gehen wir zum Sideboard. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Karn-Targets. Karn-Target Nummer 1, Piffing Needle. Artefakt, wenn es ins Spiel kommt, nennst du eine Karte. Und aktivierte Fähigkeiten können nicht mehr aktiviert werden von dieser Karte, außer es sind Mana Abilities. Das ist halt so ein Ding, was du gut gebrauchen kannst für allen möglichen Kram. Dann das eben schon angekündigte Liquid Metal Coating. Zwei Mana Artefakt. Tappen, ein permanentes, wird ein Artefakt in addition to its other types. Until end of turn. Die kannst du halt benutzen, um Länder vom Gegner zu targeten. Du tappst das, machst die zum Artefakt. Und wenn du Karn liegen hast, kann entweder das Mana nicht benutzt werden. Das heißt, du kannst es, wenn du den in dem Zug gesucht hast und du hast Karn schon benutzt, trotzdem droppen und machst es zum Beispiel in der Upkeep vom Gegner. Dann kann dir sich das Mana zwar floaten, aber wenn er keinen Instant hat, hat er daraus keinen Nutzen oder keine Ability, die er nutzen kann. Oder du machst es halt in der Runde drauf und man sägt dem langsam, aber sicher die Länder weg. Oder halt auf Kreaturen, Planeswalker, alles was aktivierte Effekte haben kann und so darf. Dann mal Gravechard-Hate als Karn-Target. An License Hearth. Wo wir wieder bei Win-Condition sind. Ha, wir können hier mit Crew 2 aus einem Zombie oder so oder aus einem Mischras eine dickere Kreatur machen. Clever. Ja, für zwei Mana einen X-Xer. Mit Tappen, du exilst bis zu zwei Karten von einem Friedhof. Und ja, Power und Toughness sind gleich der Anzahl an Karten, die damit exilt wurden. Das heißt, die kann relativ groß werden. Man kann sich da auch gerne bei einem Friedhof bedienen, weil außer Planeswalkern willst du mit einem Takenuma zum Beispiel nichts finden. Und du hast keinen Delft-Spell drin oder irgendwas, was auf dem Friedhof related ist. Von daher kann man das auch machen. So, wenn wir aber nicht angegriffen werden wollen, können wir auch einfach uns in Anseling Bridge tutoren mit dem Karn. Ganz einfach. Anseling Bridge. Ja, Creatures mit, also Kreaturen mit der Stärke größer deiner Handkartenanzahl können dich nicht angreifen. Wir haben schon ziemlich viel Discard hier drin gesehen. So viele Handkarten wird man selber nicht haben. Also ich kann selber sagen, aus Pox-Zeit, wenn das Ding liegt und du hast eine Lilian auf dem Board, also eine Lilian of the Whale. Also alles über 0-0 greift nicht an. So. Neueres Artefakt. Karns Silex. Drei-Mana-Artefakt. Legendary. Kommt getappt ins Spiel. Ist auch wichtig hierbei. Player can't pay life to cast Spells or activate Abilities that aren't Mana-Abilities. Dass jetzt irgendwer mal Leben bezahlen muss, um eine Art Ability zu aktivieren. Birding-Pod. Fällt mir jetzt gerade so ein. Der andere Parsis ist ein bisschen wichtiger. Du kannst halt sowas wie Surgical nicht casten oder halt Force mit Pitch nicht. Weil du kannst das Leben nicht bezahlen. Der wichtigere Parsis ist allerdings einfach dieses Du kannst X-Mana da reinpumpen, tappen und exilst das Ding. Das heißt, du kannst es mit Karn danach wiederholen. Und zerstörst jedes Non-Learn-Permanent mit Mana-Value X oder weniger. Malos nur als Sorcery. Will ich jetzt mal probieren, anstatt zum Beispiel einer Ratchet-Bomb oder einem Powder-Cack. Einfach mal gucken, wie es wird. Noch mehr Artefakte. Und alles Monos. Helm of Obidians. Da kommen gleich noch vier andere Karten, die sind damit ganz gut. Vier Mana-Artefakt. Du kannst ein X-Mana zahlen und tappen. Und milzt ein Gegner, solange bis du X erreichst. Also X-Karten in den Friedhof gehen. Oder du eine Kreatur erreichst. Und kriegst die Kreatur und opferst das Ding. Der witzige Parsis kommt halt gleich mit dem anderen Sideboard-Karte. Spoiler. Layline of the Void. Dann gehen keine Karten in den Friedhof. Und das heißt, du sagst X ist 1. Tappst das Ding und milzt den Gegner tot. Allerbeste ist halt, wenn der Gegner zum Beispiel so etwas wie Rest in Peace spielt, dann übernimmt der den Parsis sogar noch verdichtet. Das heißt, du kannst auch mal, wenn irgendwer so random Rest in Peace gegen dich droppt, warum auch immer er das sollte, den einfach töten. Ist halt ein Combo-Out in dem Deck, was sonst relativ langsam gewinnt. Wenn du die Sideboard-Karten eh reinnehmen musst oder willst. Ja, und dann auch noch ein Combo-Out. Mikro-Somphletes. 6 Mana. Alle Permanenten sind zusätzlich Artefakt. Alle Karten, die nicht im Spiel sind, sind Colorless. Und du kannst Mana ausgeben, als wäre es irgendeine Farbe. Ja. Ist halt mit Kahn dumm. Gegner aktiviert keine Fähigkeiten mehr. Keine Artefakte mehr. Äh, keine Länder mehr. Also auch kein Mana mehr. Ähm, der kann theoretisch nur noch angreifen. Du kannst auch nicht mal Force pitchen, weil alles auf der Hand ist halt farblos. Äh, ja. Und dann kannst du mit einem 6-6er zuhauen, weil das Ding hat eben Mana-Value von 6. Also, das ist schon gut. Die eben angekündigte Grave-Jard-Hate-Karte. Layline of the Void. Spiel wir dann natürlich auch viermal. Ist halt einfach, wenn die Start-Hand ist, kannst du ihn direkt ins Spiel bringen. Oder beginnst du das Spiel mit der? Die kostet vier Mana und sagt halt, wenn irgendwas in Gegnerfriedhof kommen würde oder gelangen würde, wird es stattdessen exiled. Deswegen ist es halt dumm mit dem Helm, weil du sagst halt, x gleich 1. Der muss so lange millen, bis er x gleich 1 Karten gemillt hat. Er wird nie eine Karte millen, weil die direkt exiled wird. Ja, dann hast du halt gewonnen. Also, zumindest im Draw-Step des Gegners hast du gewonnen. Weil er muss ja noch eine Karte ziehen, damit er das Spiel verloren hat. So. Alle reden immer von Plague Engineer. Die vergessen alle, dass es noch eine gute alte Karte gab, die fast dasselbe macht. Ups. Engineered Plague. Spiel man hier zweimal im Sideboard. Spiel man hier quasi als Plague Engineer. Denn die ist für drei Mana, ein Enchantment. Du tust einen Creature-Type. Und alle Kreaturen von dem ausgewählten Typos kriegen minus 1, minus 1. Ist halt im Endeffekt Plague Engineer als Enchantment. Der keine 2-2-1-Dev-Touch hat. Was den ein bisschen madig macht. Auf der anderen Seite. Du selber kriegst keine Enchantments los. Also in dem Deck. Außer halt mit dem Khan Silex. So. Und den Plague Engineer hast du halt weggeopfert. Das ist halt kacke. Deswegen spielt man die. Als Version, die einfach liegen bleibt. Ja. Und dann eben schon angekündigt, als wir über der Zuttenedict gespielt, äh, geredet haben. Haben wir noch zweimal She-Haldritsedict. Ja. Zweimal einer Instant mit Choose One. Jeder Gegner opfert entweder einen Non-Token-Creature, einen Token-Creature oder einen Planeswalker. Und das ist halt so eine Karte, die ich in Sideboard genommen habe, weil die halt Planeswalker losbekommt, weil... Enchantments losbekommen in Mono-Schwarz. Da gibt's eine Reserved-List-Karte, die kann das, aber die ist halt auch nicht gut. So. Also ignoriere ich das einfach komplett und sage, okay, ich gehe damit auf Planeswalker und fertig. Und da ist noch nicht mal das letzte Wort gesprochen, ob die es nicht noch als Sideboard ins Mainboard schafft, weil... Ja. Die Karte, finde ich, Potenzial hat. Bei der... Bei dem Suddenedict ist halt der Split-Second-Parsals tatsächlich wichtig, weil... Du kannst da nicht drauf reagieren, außer einen Trigger auf den Stack zu legen. Und das passiert automatisch. Automatisch. Ja. So viel zum Sideboard. Mit der wunderschönen Damnation als Hintergrund. Noch ein kurzer Gehirnfurz von mir zu dem Deck. Ähm... Mono-Black-Control-Listen sieht man immer häufiger. Mal... In MTG Top 8 zum Beispiel. Und ich hab früher sehr viel Pox gespielt. Ich hab jahrelang nur Pox gespielt. Ähm... Und war eigentlich ein bisschen schade, dass das Deck komplett tot ist mittlerweile. Also die Version, die ich damals gespielt hab. Und eigentlich so ein kleines... Feier ich so ein kleines Revival damit. Mit der Version. Ähm... Wie gesagt, man sieht Versionen davon immer öfter online. Ähm... Es gibt Agro-Versionen, die halt mehr... Die mehr Creatures spielen. Oder überhaupt Creatures spielen. Es gibt halt auch die Version mit den Curses. Die mit den Curses arbeiten und die Curses auf einen drauflegen. Und ich wollte jetzt einfach mal die, äh... Version probieren. Einfach um mal so nochmal diesen... Es ist Pox. Zu haben. Ähm... Da ist bei der Decklist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wie gesagt, ich hab schon so ein paar, äh... Denkanstöße gegeben, die ich noch habe. Und Überlegungen, die noch im Raum stehen. Ich werd's jetzt mal ein bisschen testen. Rummachen und tun. Aber ich find halt die Idee... Von einem Deck... Wie das... Was... Solange du das Sideboard ein bisschen anpasst... Keine Reserved List Karte spielt. Weil der Helm of Obedience ist ne Reserved List Karte. Und die Cursed Scroll... Cursed Scroll ist auch eine, ne? Reserved List. Äh... Weil der Helm of Obedience ist ne Reserved List Karte. Und die Cursed Scroll auch. Die Cursed Scroll kannst du aber auch ganz einfach mit The Wreck ersetzen. Mach dann halt eventuell weniger Schaden. Und er macht dann halt mal ne Zeit lang gar nix. Und du schleidest... Du hast den Schaden nur am Gegner. So... Die Cursed Scroll kann halt auch Kreaturen abschießen. Oder Planeswalker in Kontrolle halten. Aber ansonsten hat man ein Deck, wo keine Reserved List Karten drin sind. Und äh... Ah... Die sind drin, aber man muss auch keine Beta Synchole spielen. Und dann wird das Deck schon relativ günstig für ein Legacy Deck. Und grad Mono Black Discard... Kennst du den einen oder anderen, dem das gefällt. Und ich wollt's euch einfach mal vorstellen, in der Hoffnung... Dass Verdenkanstöße kommen. Dass vielleicht ein paar Leute Bock haben, sowas zu spielen. Und sich denken... Ich spiel Modern, hab A-Track und hab eh schon fast alles dafür. Warum nicht? Ja... Vielleicht kommt mal ein Update. Vielleicht seht ihr die Liste mal auf MDG Top 8 oder MDG Goldfish. Who knows? Vielleicht spielst du mal einen Samstag in Siegen bei uns damit. Ansonsten... Man sieht und hört sich. Ciao.